Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Bilded. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt aus dem Livestream. Nicht, dass ihr euch wundert, warum hier da oben so Sachen eingeblendet werden oder da Dauerwerbesendungen auf der anderen Seite stehen. Das muss man eben machen. Nur ganz kurz mal zur Erklärung, weil ich eben meine Partner hier oben habe, wie zum Beispiel Modbox oder Instant Gaming oder eben G-Portal und so weiter und so fort. Könnt ihr übrigens gerne vorbeischauen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ihr könnt mal gucken, ob der 10% Rabattaktion noch läuft. Ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, die haben es verlängert. Ich weiß es nicht genau. Ansonsten, meine Lieben, haben wir jetzt straff zu tun. Wir müssen, bevor die Nacht kommt, dringend, aber wirklich dringend, hier noch das Getreide reinbringen. Und zwar unten auf dem Feld. So, das heißt, wir schnappen uns jetzt mal den Marcel Fürgesen, der grundlos einfach losfährt. Warum auch immer. Und ich weiß nicht mehr, was ich hier ansehen wollte. War es Sorkum-Hürse? War es Hafer? War es? War es? War es? War es? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich hier ansehen wollte. Was war der beste Preis? Es war Hürse, ne? Ich glaube, es war Hürse. Übrigens Montag. 20 Uhr sind wir auch immer live. Soja? Ne, Soja auf keinen Fall. Hafer. Baumwolle. Jetzt sagt jeder was anders. Baumwolle können wir doch nicht mit der Seemaschine, Leute. Wir können doch nur. Hürse, ne? Ich glaube, es war Hürse. Ich glaube, es war Hürse. So, auf geht's. Das fass ich nicht. Das fass ich nicht. Sowas ist da nicht normal. Schluss. Aus. Hey. Hey. Das kann da nicht wahr sein. Das kann da nicht wahr sein. Junge, bist... Boah. Der Ferser. Setz dich da rein. Und wenn du jetzt nochmal hier den Helfer engagierst, der wäre ich aber ganz anders. Wenn du mich hier mal sabotieren willst. Alter, sagst gleich, verpiss dich vor meinen Feldern. Ich dachte, das wäre ihr Praktikant. Du sollst... Du. Ich hab versucht, den rauszuschmacken. Jetzt hören Sie mir mal zu. Du sollst das machen. Ich hab keine Zeit. Kommt das Bus fertig, wenn die Sehmaschine läuft auf sonst. Ja, ich kann... Ich halt das nicht aus. Nein, nein, lassen Sie mich. Ich wollte das... Es ging nur nicht. Na, ist egal. Geht's jetzt? Kein Helfer. Wehe, es fährt der Helfer. Ich hab schon einen engagiert. Dann bin ich ein Pflücker. Dann tun die mich wieder weghaten hier. Mhm. Wehe. Na, das kostet ja nochmal extra. Das ziehe ich dir eh vom Lohn ab. War so viel einfacher. Unfassbar. Diese faule Socker, ey. Das gibt's ja wohl gar nicht. Also, so ein faulen Pelz. So. Der Anhänger kann wieder umgerüstet werden. Perfekt. Den bereiten wir nämlich vor für die Ernte. Dann können wir da schon mal loslegen. Also, dass ich mich schon wieder so aufregen muss. Konfigurieren. Okay. Mit Aufbau. Konfigurieren. Ja. Aber, Alter, wie lange die brauchen, um das Stroh da runterzuholen. Das ist aber auch heftig. Ist das Stroh jetzt weg? Nee. Gut, einmal wird er noch fahren müssen. Ja, einmal wird er noch fahren müssen. Ruf ich den in der Weile schon mal an und sag dem, das falls der... Klarstein. Ja, Klarstein. Ich bin's nochmal. Ja, ja. Der Ferster, der Wilfried. Also, der Willi. Ja. Ja. Sag ruhig Willi. Und zwar, Stroh. Falls Sie jetzt nicht alles in einen Anhänger bekommen. Ja. Dann lassen Sie den Rest bitte liegen, ja? Alles klar. Was mir wichtig wäre, ist, dass Sie, ähm, äh, was mir wichtig wäre, ist, dass Sie, äh, dann diese, das, das Mähen, äh, dass das so schnell wie möglich stattfindet. Das ist ein anderer Auftrag, oder? Äh, das ist ein Folgeauftrag, den ich aber schon in Auftrag gegeben hatte. Achso, ja gut, das hab ich jetzt noch nicht auf dem Zettel. Okay, können Sie da direkt mal nachfragen, dass wir da keine Zeit verlieren, groß? Also, ihr... Ja, also in der Regel ist es so, dass wir dann, ähm, ja, direkt den nächsten Auftrag ziehen, ja? Genau, der Disponent weiß auf jeden Fall Bescheid. Also, der, der hat das von mir schon bekommen. Ja. Ja. Ja, kann gut sein, dass das auch mein nächster Auftrag dann sein wird. Okay, super, das freut mich. Na? Alles klar, weil Sie machen einen guten Job. Ich wünsche mir, dass Sie das machen. Alles klar. Sie sind einer der flotten Sorte, der seine Arbeit versteht. Oh je, oh je. Ja, das ist leider nicht bei jedem der Fall, verstehen Sie? Ach, wirklich? Nee, nee, gar nicht, überhaupt nicht. Oh, da hätte ich aber gedacht, dass die Kollegen alle so fix sind. Ey, das sollte nicht mal von Ihren Kollegen sein. Achso. Ja, ja, aber Sie sehen ja, da unten ist gerade noch einer auf dem Feld unterwegs. Ja, ja. Ja, das ist gerade so ein Angestellter, so ein... Ich weiß auch nicht. Der spricht auch nicht so gut Deutsch, ne? Der hat vorhin irgendwie was rübergebrüllt, das habe ich gar nicht richtig verstanden. Ernsthaft? Ja. Kann ja nicht wahr sein. Er spricht sehr gut Deutsch, der hat sie verarscht. Ah. Ja, ja. Weiß nicht, was mit dem los ist. Gut. Äh, wie gesagt, wichtig wäre, dass das Gras so schnell wie es geht, äh, bei mir in den Schafschleidern auch kommt, ne? Gras? Gras. Achso, vom Mähnen. Ja, vom Mähnen, genau. Ja, ja. Alles klar. Ich danke Ihnen vielmals, ne? Jo. Tschüss. Wiederhören. So, warte mal, jetzt mach ich aber mal folgendes, ruf mal den Landrat schnell nochmal an. Ja, hallo. Hallo, Herr Gründlich, äh, ich bin's aber der Herr Ferser. Ich hab, äh, schon mal, äh, also ich hab die Subvention schon bekommen. Dankeschön dafür. Ja. Und ich wollte mal fragen, ob ich, äh, für Tiere, ob sie da auch unterstützend, äh, äh, wirken, für Tiere. Also Tiere, Tierunterstützung. Also unterstützend, also wenn ich Tiere kaufe, dass sie mich mit den Tieren unterstützen. Äh, äh, ups. Entschuldigung. Ja. Da, was? Ich hab, Baumwollschweinezucht hab ich gebaut. Also, äh, äh, Pulloverschweine. Pulloverschweinezucht. Ich glaube tatsächlich, dass wir dann tatsächlich nur Milchkühe unterstützen. Ach, jetzt hört's ja auf mit Milchkühen. Das haben sie doch vorher nicht gesagt. Ich hab hier so ne schöne Pulloverschweine. Ja, aber Pulloverschweine haben wir hier schon genug. Was wollen wir denn die subventionieren? Ich meine ja Schafe. Ja, ich weiß, was Pulloverschweine... Denn Schafe haben wir überhaupt nicht genug. Das ist das Gleiche. Wissen Sie, wie viele Schafe, äh, der Herr, wie heißt der denn, der Herr Schneegans hat? Da, glaube ich, drei Schafstelle. Ja, aber nur kleine. Ja, haben Sie dem was subventioniert? Nein. Würden Sie mir bitte was subventionieren? Muss ich mich mit meinem Chef nochmal beratschlagen? Okay, alles klar. Dann machen Sie das mal. Wie, bitte? Wo sind Sie denn aktuell? Bei mir am Hof. Ich müsste Ihnen an dem Bußgeld Bescheid zu stellen. Wieso? Wir haben ca. 10 bis 15 Beschwerden von Autofahrern erhalten, dass sie einmal quer über die Autobahn gefahren sind. Das stimmt nicht. Doch, bei so vielen Beschwerden muss ich Ihnen leider etwas zustellen für so ein Vergehen. Ah, dafür sind Sie ja. Sind Sie schon da oder was? Ja. Ich bin gerade im Schafstein tätig. Moment. Oh, Herr Ferser. Ja, hallo. Also hier, einmal ein Bußgeld Bescheid über 500 Euro. Bin ich in der Autobahn-Dings oder was? Wegen dem Autobahn-Bestos. So kann man sich aber sein 2000 auch Stück für Stück wiederholen, ja? Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist ja eine ganz Bissche, nur wenn hier läuft. Also, da sind Sie aber selber dran schuld. Erst mal über Privatgrundstück fahren. Wie muss ich denn das überweisen? Ach da. 500, das ist doch ein Witz, ey. So, bitte. Über Privatgrundstück fahren, dann querfällt eingefüllt über die Autobahn. Ja. Also, ja. Da sind Sie schon sehr selber schuld. Kommen Sie. Seid Sie da nicht so diskriminierend? Ich diskriminierend? Ja, klar. Was ich für Sie schon alles getan habe. Also, ich bin bestimmt nicht diskriminierend. Aber schöne Schafe haben Sie hier. Ja. Danke. Soll ich irgendwas sagen? Ja, was? Ich möchte die 500 wieder. Wieso? Weil ich das gar nicht war. Das war mein Mitarbeiter. Ah, hier. Das ist klar. Also, so ein Subunternehmer. Der, gucken Sie bitte, wo der ist. Der ist unten auf dem Feld. 61, 62, 63. Da fährt er tatsächlich. Der arbeitet in Ihrem Hof? Der arbeitet immer. Na ja, der ist ein Subunternehmer. Der ist so ein Rumreisender und dann kriegt der quasi so einen Tageslohn dafür, dass der halt irgendwelche Arbeiten ausführt. Der ist nicht angestellt, nein. Also, aber er arbeitet ja für Sie. Nee, nee, nee. Moment. Also, wenn der irgendwelche Sachen macht, da habe ich nichts mit zu tun. Er arbeitet eher aktuell für Sie. Nee, macht er nicht. War nur ein Spaß. Ich wollte nur Geld sparen. Ah, okay. Also, doch keine 500 Euro zurück. Hätten Sie mir die wiedergegeben? Nein. Sehen Sie? Ich wollte Ihnen damit bloß sagen, dass die Sachen, die Ihrem Angestellter anstellt, dass Sie dafür haftbar sind. Ist ja kein Angestellter. Ist ja wirklich kein Angestellter jetzt mal in dem Sinne, ne? Ja, aber er verrichtet ja Tätigkeiten für Sie. Gucken Sie mal, meine Schafe. Ja. 180 Schafe. Da geht's ab jetzt, ja. So, ich muss aber weiter, ne? Das sind, ja. Nach Hausnummer. 180 Schafe, ja, sag ich ja. Gut, ich muss aber erstmal weiter, ne? Danke Ihnen vielmals. Wohlschaffen noch. Wohlschaffen. So, jetzt ist aber, jetzt habe ich aber richtig Geld ausgegeben. 100.000 für Schafe, boah. Aber, pff, am Ende des Tages, ja, sind wir mal ehrlich. Was sollen wir machen, wenn die Schafe bringt nicht viel? Und die 100.000? Sollten doch eigentlich die 180 Schafe einspielen. Also, das sollte doch drinnen sein, oder? Mal ganz ehrlich. Das sollte doch drinnen sein. So. Okay, die Nacht rückt immer näher, meine Lieben. Ihr wisst, ab 22 Uhr ist die Zeit gegen uns. Ab 22 Uhr, da wird richtig Gas gegeben dann. Da ist die Nacht zu Ende, oder der Tag zu Ende, sozusagen. Und, ja, da müssen wir mal schauen. So, dass wir jetzt hier erstmal noch ein bisschen Wasser reinbringen. Ich hoffe, dass das LU es noch schafft, in irgendeiner Art und Weise hier ein bisschen... Äh, in irgendeiner Weise hier noch ein... Oh, Moment, wo ist denn die Sehmaschine? Die Sehmaschine muss reinkloppen. Okay, das sieht gut aus. Hälfte vom Feld ist durch. Da müssen wir jetzt erstmal... Oh, da müssen wir aber was ganz anderes mal ganz schnell machen. Und zwar... Ja, wird es nämlich doch noch stressig. Ich wusste das. Die Rumpelmelei und das Rumgelaber wird uns nichts bringen. Das wusste ich. So. Warte mal, hier ist Quatsch. Wir müssen ja da vorne raus. So. Hallo? Ja, Andersen, ja, moin. Hallo, Herr Andersen. Du, äh, folgendes Problem. Oh, Problem ist nicht gut. Mein Steuerberater hat mich angerufen. Wie lange musst du in den Knast? Ja, deswegen hat er mich angerufen. Was? Er meinte, da gibt es eine Diskrepanz, also hier, irgendwas anderes, zwischen meinen Zahlen. Weißt du? Die Zahlen? Ja, die Differenz und so. Okay. Ähm, ich habe eine Differenz von 220.000 Euro. Oh. Ja. Okay. Ich habe quasi zu viel Geld. Was? Und jetzt rate mal, wer die eigentlich bekommen müsste. Also, wenn, wenn du mich anrufst, wenn du mich anrufst und mir sagst, wenn du mir diese Geschichte erzählst und dann noch sagst, dass ich die bekommen müsste, also dann, da muss ich aber mal ganz kurz, dann, da mache ich jetzt Feierabend. Ja, da gucken wir, wo der Konto stand. Hä? Wie, wie, wie? Was? Was? Das, also, aber, Herr Andersen? Ja, ich weiß es, scheiße. Ich würde sie gerne zum Kaffee einladen. Nee, jetzt aber mal ohne Spaß. Was ist denn passiert? Nee, du, ich habe falsch abgerechnet, du. Bei dir. Aber nicht etwa. Nee, was denn da? Nein, du hast zu wenig gekriegt bei der Baumwolle. Okay. Warte mal. Aber warte mal. Sag mal, haben wir die Baum, habe ich die Baumwolle überhaupt schon verkauft? Hattest du doch. Alle Ballen? Na, dass was da oben lag. Ich habe jetzt aber gerade noch mal zwei Ballen hochgefahren, nur zur Info. Ach, hast du auch noch mal? Ja, also, ich habe jetzt noch meine letzten zwei Ballen. Nee, nee, Moment. Ich habe, nee, 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 Herr Andersen, ich habe Ihnen die Ballen noch nicht verkauft. Bist du da sicher, du? Ich habe Ihnen einen Ballen verkauft. Und warum liegen da drei? Ich habe sie doch gefahren. insgesamt vier. Nee, da lagen, also, pass auf, ich habe Ihnen einen Ballen verkauft. Dann habe ich fünf Ballen hochgefahren, und zwar aus folgendem Grund, ich habe sie angerufen, und habe sie gefragt, ob ich die Ballen oben schon mal lagern kann, weil ich die ja gerne erst in zwei, drei Monaten verkaufen wollte. Ja. Und dass sie bei mir vom Hof wegkommen und schon mal bei Ihnen oben sind, weil es da auch darum ging, dass die Produktion wohl voll war. Genau, wir wollten nämlich auf den Höchstpreis warten. Also, ich habe Ihnen offiziell erst einen Ballen verkauft. Ja, okay, dann hast du mir jetzt alle verkauft. Dann habe ich die wohl da als verkauft, deklariert. Und das Geld aber natürlich nicht eingenommen. Aber, aber wie, wie, aber jetzt muss ich trotzdem mal, Moment mal, aber für wie viele Ballen war denn das jetzt das Geld? Ja, für die drei, die da liegen. Eine liegt im Lager, die wird verarbeitet und da liegen drei Lagen davor und als ich vorbeigefahren bin neben dem Ando. Da muss ich aber mal ganz blöd fragen, ich habe fünf hoch geschafft. Du hast ja jetzt nochmal zwei hochgebracht, hast du gesagt. Nee, nee, ich habe ja insgesamt sieben gehabt. Sieben? Ich habe fünf, also ich hatte acht Beinen geerntet, habe einem Bein ihnen direkt verkauft, den hatte ich aber direkt in diese Produktionsdings da reingelegt, da liegt ja auch noch, der Rest. Ja. Dann habe ich ihnen gesagt, dass ich die restlichen Beinen hochfahre und hatte noch sieben am Hof und habe fünf hochgeschafft, weil ich mehr nicht auf dem Anhänger wegkriege. Und dann wollte ich quasi die restlichen zwei habe ich jetzt noch hochgefahren, aber es waren nur noch drei Beinen oben. Ja, genau. Fünf hat er so hochgebracht. Eine liegt in der Produktion drin, eine hatte ich nochmal woanders hingeschafft, weil die was brauchten. Da hast du das Geld aber auch schon für bekommen. Ich habe bis jetzt nur das Geld bekommen für den einen, der in der Produktion liegt. Und den, wo ich anders hinbringen musste. Die hatten mich angerufen und gefragt, ob ich Ballen habe. Habe ich da hingebracht, habe mir das gleich verkauft und ging quasi auf dein Konto quasi. Also die haben es mir abgekauft und es ging auf dein Konto gleich. Das weg ist es weg, weißt du? Aha, okay, 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 okay. Also habe ich jetzt offiziell drei Ballen an sie verkauft? Genau. Also plus der eine, also vier Ballen? Genau. Äh, dann sind aber immer noch vier offen. Die dir erst an die, ja, dann willst du die jetzt auch schon verkaufen. Na, die würde ich, oh Gott ey. Oder willst du nur warten? Na, pass auf, die vier Ballen, ich habe nämlich eigentlich, ich wollte, oh, das ist jetzt ein bisschen blöd, dass die schon wechseln. Na gut, ist nicht zu ändern. Ich wollte eigentlich warten bis Mai. Ich wollte die gerne im April oder Mai verkaufen. Ja, okay. Also sag mal mal April, sag mal April, okay? Ja. Im April wollte ich die gerne verkaufen. Also nicht morgen, übermorgen quasi. Ja. Genau. Und dann, dann, dann schreibt, schreibt ihr auf vier Ballen. Genau. Und das war jetzt das Geld für drei Ballen. Ein Ballen habe ich verkauft, sind vier, acht habe ich geerntet. Das passt, das passt. Ja. Ja, ist diese. Genau, das passt. Dann die vier Ballen im Mai, äh, im April Bilder. Jo. Alles klar. Ruf mir da nochmal kurz, ich habe da drauf an, ja? Ja, ich ruf dich da nochmal an. Alles klar. Und wie viel habe ich da jetzt gekriegt für einen Ballen? Das sind ja 70.000. Das sind ja doch die 71.000 oder 70.000. Ja, genau. Okay, gut. Super. Dankeschön. Jo, bitte. Hau rein. Ciao. Jo, ciao. Ah, okay. Ja, das mit der Produktion ist ne, ist nicht so einfach. Ich glaube, er hat sich da, ich glaube, er ist sich ein bisschen verhaspelt. So, warte mal, wie sieht das hier aus? Ja, sehr gut. Sehr gut. Die sind alle voll. Da passt das. So. April passt. April verkaufen wir. Okay, wir verkaufen im April. Das haut hin. Das passt. Das ist gut. Das ist top. Das ist toll. Und jetzt geht's runter aufs Feld. Und wir schaffen, äh, machen dort noch die Ansatz fertig. Aber natürlich, was wir nicht haben, das ärgert mich ein bisschen. Oh, der ist fertig. Moin, moin. Ja, muss schon mit mir reden. Ich würde sagen, ich bin fertig. Ehrlich? Ja, würde ich behaupten. Ja, gut. Das ist sehr gut. Dann, die Maschine ist auch gut soweit. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas habe. Das ist alles gut. Das ist alles schön. Du kannst mir mal folgenden Gefallen tun. Ja. Nimm dir mal bitte den, den du hast, häng dir mal schnell die Spritze hier dran mit dem Tank. Spritze Tank dran hängen. Und feg da nochmal schnell über die 45, 46. Das sind die Felder direkt hier oben. Also direkt hier oberhalb. Die sind ganz kleine Felder. Kannst du einmal direkt rüber. Kein Problem, mach ich. Alles klar. Ey, ich danke dir vielmals. Jo, bis zum. Dankeschön, Kuss. So, sehr gut. Okay, dann müssen wir mal schauen, dass wir die 51 dann noch gedüngt bekommen. 53, 47. Einfach mal pflügen, wenn es soweit ist. Hier werden wir auch auf jeden Fall Kalk drauf bringen müssen, dann später. Naja. Mist. Naja gut, da kommen wir jetzt nicht mehr drum rum. So, dann können wir hier ein paar Helferkosten sparen. Und auf geht's. Ah, hier haben wir kein GPS drin. Schade. Ja, hallo. Der Herr Ferser. Ja, ich bin's Gott, Herr Ferser. Der Herr. Los. Grüße Sie. Ich grüße Sie. Ganz kurz. Eine Sekunde. Moment. Ich muss ganz kurz. Andere Leitung. Eine Sekunde. Ihnen auch ein gesundes Neues. Bisher. Querschläger noch mal kurz anrufen. Wackschläger. Kannst du mir einen Gefallen tun? Lass das mal komplett gut sein. Schnapp dir mal ganz schnell den einen Trecker, der da steht. Häng dir mal und häng mal die Walze hinten an. Und komm mal ganz, ganz schnell runter auf das Feld, wo du gedingst hast. Und zwar die blaue Walze. Die blaue Walze. Trecker und blaue Walze. Jawohl. Blaue Walze, Trecker dran, aber den Trecker ohne Pflegebereifung. Jawohl. Und ganz schnell runter, kommst du zu 16, 20, 30, da, wo ich gerade bin. Das wäre super nett von dir. Alles klar. Ey, Herr Querschläger. Ey, so langsam wären wir Freunde. So sehe ich das noch auch. Kuss, kuss. Bis gleich. So. Herr Lohs, Entschuldigung, sind Sie noch in der Leitung? Ja, bin noch dran. Hallo Herr Lohs. Wo sind Sie gerade? Ich bin gerade unten bei mir auf dem Feld und arbeite wie ein Mann. Auf dem Feld oder auf dem Hof? Auf dem Feld. Welches Feld denn? Ich muss Ihnen Geld vorbeibringen. 16, 20, 63. Nein, also eher weiß ich Bescheid. Wir sehen uns gleich. Tschüss. Alles gleich, freue mich auf Sie. Ja, tschüss. Was ist los? Heute bringt mir alle Geld. Was soll das? Ich gehe kaputt. Also warte mal. Das mit dem Ballen, oh, das triggert mich gerade. Ich weiß nicht so richtig, warte mal, mit dem Ballen, mit dem Ballen. Wir haben, wie viele Ballen haben wir geerntet, Leute? Wir haben acht Ballen geerntet. Da bin ich mir zu 100% sicher. Ich bin mir zu 100% sicher, dass wir acht Ballen geerntet haben. Und ich bin mir sicher, dass wir den fünf Ballen oben hingelegt haben, mit dem ersten Transport. Und da hat er zwei Ballen jetzt weggenommen. Also drei Ballen insgesamt. Wer hat er gesagt? Also einer lag, es lagen zwar noch drei Ballen oben, aber... Okay. Acht Ballen. Ja, es waren acht Ballen. Es waren acht Ballen. Einen haben wir direkt verkauft. Einen haben wir da oben, genau. Einen haben wir hingebracht und verkauft. Drei Ballen hat er uns jetzt nochmal verkauft. und dafür hat er uns jetzt das Geld gezahlt. Dann passt das auch. Und vier Ballen sind noch offen. Das passt. Aber das passt doch exakt, oder? Es ist halt extrem wichtig, weil es unfassbar viel Geld ist. Das ist halt extrem wichtig für diesen Feldkredit, den wir haben. Ja. Doch, doch. Ich habe ja gerade 220.000 für die drei Ballen, die er sich weggenommen hat, bekommen. Also sind noch vier Ballen offen. Ja, acht Ballen geerntet. Vier Ballen sind jetzt offiziell, haben wir das Geld bekommen offiziell. Also bedeutet das, wir bekommen noch für vier Ballen Geld und diese werden wir im April veräußern. So sieht es aus. Genau. Und dann rückt nämlich auch langsam, das müssen wir doch mit einmal schaffen, ne? Dann rückt nämlich auch langsam unser Feldkredit näher. Ich weiß nicht mehr, wann das genau war. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, wann das genau war. Oh, der fängt schon an mit Weizen. Sehr gut. Das ist perfekt. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Okay. Hat das LU jetzt schon, jetzt rufe ich nochmal ganz kurz beim LU an, ob die schon irgendeine, irgendwas gemäht haben. Hallo? Achso, scheiße, wo ist denn das LU? Da. Ja, hallo, servus, der Ferser hier, der Wilfried. Hallo. Ich habe eine Frage, sind Sie schon mit Mäharbeiten bei mir beschäftigt? Ja, der Kollege müsste eigentlich schon vor Ort sein. Ah, ich sehe gerade, der mäht nicht, weil der Traktor unbesetzt ist. Der hat hier gemäht. Hier hat er was gemäht. Da hat er was gemäht. Wissen Sie, zufällig, ob der, ob sie schnell mal das, was er gemäht hat, einsammeln könnte und noch in den Schafstall reinschmeißen? Ja. Ob das noch geht? Aber es ist ein bisschen Zeitdruck, dass zumindest mal ein paar tausend Liter drin sind. Wissen Sie, sonst nicht, dass die Amtierchen verhungern über Nacht. Ja. Das wäre ganz schlimm. Ja. Alles gleich, danke Ihnen vielmals, ne? Sehr gerne. Ciao. Tschüss. Ciao. Okay. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Der walzt hier. Der hat anscheinend, wie sau sieht, sogar die richtige Walze dran. Traumhaft. So läuft das. Sehr gut. Okay, gib mir die noch ein bisschen Zeit. Die Folge ist schon sehr fortgeschritten, ey, aber eigentlich wirst du es noch schnell fertig machen. So. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Oh, er zieht über die Strache. Ja, ist so geil. Oh, nie, ey. Heftig. Ich lasse hier noch ein bisschen walzen. Ich fahre den Dreck auch noch hoch. Ich lasse den walzen. Ich muss ein bisschen Zeit schinden. Ich will einfach noch ein bisschen Zeit schinden. Ich weiß, das ist blöd und viel zu gemein, aber es ist tatsächlich Zeit schinden. Was anders ist es nicht. Aber das mache ich jetzt halt, weil dann ist das Feld halt fertig. Warte mal, wir fahren unten rum. Ich weiß, das ist gemein, aber scheißegal. Ich will jetzt noch ein bisschen Zeit schinden. ist ja wurscht. Ja, ja, das Problem ist, also 22 Uhr wird gespult, aber es ist natürlich so, dass wir jetzt keine ganze Folge... Ach, Grüß Sie. Ich grüße Sie. Wunderschön. Ja, servus. Warten Sie mal, ich fahre mal beiseite. Erzähl Sie mal. ja, ja, ja. So, kann der Verkehr wenigstens durch, wissen Sie? Ja, 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 ja. Grüß Sie, wie geht es Ihnen? Sehr gut. Und Ihnen gesundes Neues noch? Ja, ja, ich habe mein Spielzeug jetzt endlich. Ich sehe schon. Ja, freut mich für Sie, Mensch. Ja, lass ich umbauen. Kennen Sie die Firma Westfalia? Ja, sag mir was. Die machen ja in der Regel hier, arbeiten mit VW, mein Körper zusammen und bauen so Camper. Ich wollte mal die Anfrage, ich habe da schon eine Anfrage gestellt, ob es denn hier den Anhänger umbauen können. Das soll ein Wohnmobil werden? Ja, ja. Okay, das ist halt das, wenn man auf der Bank arbeitet, ne? Man könnte jetzt sagen, ist halt die Dekadenz, ne? Ja, erzählst du was? Sie haben Geld für mich. Was ist denn da los? genau, wissen Sie, wissen Sie noch, ich habe mir noch mal gesagt, hier, dass Sie 4.500 beziehungsweise das in Kälter kriegen, ne? aber Sie haben sich schon hingestellt und keine Ahnung was. Und ich war jetzt zu faul, doch tatsächlich Kälter zu kaufen, deswegen hätte ich das Geld bar für Sie dabei. Ach so, dann nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Ja, super. Heute sind wir auch ein Glückspilz. Ja, gell? Ja. Können Sie sich noch an kurz vor Weihnachten erinnern, wo Sie sich ein nettes Fahrzeug bei mir finanziert lassen haben? Ja, kann ich mich erinnern? Naja, und Sie dann eine gewisse Rabatte eingestrichen haben. Und Sie gesagt haben, Sie überweisen das ganze Thema. Geld ist immer noch nicht eingegangen. Das ist noch nicht da? Ne. Das gibt es nicht. Doch, gibt es anscheinend. Das kann doch nicht sein. Ja. Aber warum muss ich nicht überweisen? Weil wir ausgemacht haben, dass wir das Geld, was Sie dann da eigentlichen strichern haben, gleich überweisen, um schon mal anzufangen, die 550.000 Euro abzuzahlen. Diese Aufnahmen, die übrigens im August fällig sind. Wie viel Geld kriegen Sie von mir? 550. Ah, ne, Entschuldigung, ne, 880, man es bei Ihnen. Und sind im September fällig. Ist denn eine Zeile verrutscht? September. 1880. Von wegen kriegen Sie den 550? Das zeige ich Ihnen jetzt auch natürlich nicht. Bankgeheimnis, ja. Ja, natürlich. Bitte schneller Weizen. Äh, okay, pass auf. Ich bin die, ich bin die Schweizer Bank, mehr oder weniger. Ähm, pass auf, ich, äh, wie viel Geld war das? 25.000 waren das, ne? So, und rund um auch genau. 25.000, ich überweise Ihnen 25.000, wenn das okay ist. Naja. Und dann, ziehen Sie die aber bitte ab. Ich hätte natürlich, ich rechne mir so drauf, wissen Sie da, bei meinen Kredit, ja. Wie viel, Moment, dann habe ich aber, das will ich wissen, ich glaube, 272 waren offen, ne? 880 waren offen. das geht ja um den Traktor. Ach, den Traktor, und Sie möchten es vom Traktor abgezogen haben? Ja, dafür habe ich ja den, dafür habe ich ja das Ersparnis bekommen. Ja, ne, kein Thema. Dann sind wir bei 67, äh, 47, 247. Da haben, da haben Sie 200, 200, 200, 72.000. Also 2700. Auf die 700 ist geschissen. Auf die, also, also, also 247.000. 272 sind offen, davon minus, äh, die 25.000. 247 zum Tenden mal. hoch 172.000. Minus 25.000. Genau. Sind 247. Richtig. Ja, sag ich doch jetzt schon, wo es war. Einmal fragt, du kannst ja rechnen, ich bin erstaunt. Ja, wenn Sie mal Mitarbeiter suchen. Ich kann gerne für Sie das Geld eintreiben, äh, wenn Sie möchten. Kommen Sie dann mit Olicum, Olicum, Sekt oder wie? Ne, aber vielleicht haben Sie ja, wenn Sie andere haben, die vielleicht nicht bezahlen können zu Ihren Terminen, äh, äh, rufen Sie mich ruhig an, da würde ich gerne mit hinfahren. Kein Spaß. Okay, ist überwiesen. Ja, einmal fragt, sehe ich. Ich danke Ihnen vielmals, ne? Aber schön, ne? Ja, äh, ich freue mich für Sie. Unglaublich, ich muss noch weiter. Ja, ich danke, tschüss. Tschau. So. Und denken Sie dran, der Herr Nuss, packt ihr den aus? Ja, der Nuss, Die Nuss von Ihrer Frau nicht. Ja, ja, ich verstehe schon. Alles klar, die hat, ja, habe ich schon geknagt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine Lieben. Danke, dass ihr dabei wart. Heute XXL-Folge extra lang gezogen, weil ich das Feld noch fertig kriegen wollte. Ich bin aber manchmal auch fies. Ja gut, aber die anderen dürfen auch weiterarbeiten, solange es, dann muss man auch sagen, es hat keinen Nachteil. Gut, in diesem Sinne, ich bin erstmal raus. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Tschüss und ciao.